Ich befinde mich gerade auf einem Acker, wo wir in wenigen Tagen Linsen einsehen werden. Es ist wahrscheinlich schwer zu sehen und zu hören, vor allem, dass ich gerade auf dem Traktor sitze. Und was ich jetzt mache, ich fräse den Boden mit einer Bodenfräse, damit die oberste Erdschicht, Bodenschicht, praktisch ganz krümelig und fein wird, sodass, wenn in ein paar Tagen die Sehmaschine ihre Arbeit aufnimmt, sodass der Samen, also die Linsen, schön abgelegt und wieder zugedeckt werden können. Und das sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen. Das ist eine Fräse. Und das gehört auch zu unserer bodenschonenden Anbaumethode, wo wir versuchen, den Boden so wenig wie möglich zu bearbeiten und vor allen Dingen so flachgründig wie möglich zu bearbeiten. Und in den nächsten Tagen werde ich euch zeigen, wie wir die Linsen sehen. Tschüss! Schmerz Schmmalle Schimmat Vielen Dank.